moin leute willkommen zu einer neuen folge hier von kifat so beginnen wir sofort wir haben hier keine aufgaben nix wir spielen entspannt solo wir haben manchmal aufgaben und karten video auf das ist hochladen und dann halt erstmal rennen hochladen alles easy alles entspannt falls meine katze schnurren hört oder so oder wenn ihr irgendetwas schnurren hört dann ist es meine katze im hintergrund die will gerade ein bisschen gesträuchelt werden ja auch die süßige naja natürlich euch geht's gut haltet euch an die regeln ich bin im internet jetzt schon zufrieden ich denke mal es geht jetzt besser keine ahnung ich damit richtig lege wenn wir aber sehen und ich denke jetzt einfach mal eine schöne entspannen runde solo mal gucken wie weit gekommen wenn wenn schnell sein mein gott aber ich denke mal nicht dass es sich jetzt so schlimm aber so schlecht sein werde wir gehen nach auch die stimmung ist die schon müssen natürlich ich sagte internet soll gut sein und jetzt haben wir schon wieder das salat ich liebe es ja doch lässt sich er das ist auch sehr gut und das da geht dann sogar wenn das ist okay das ist sehr schöne grafiken korn hat das wirst du toll gemacht einfach schön sind das bluten man kennt das das nix und für euch ist es ja eigentlich irrelevant was ich aufgaben habe und so ich werde ja kein neues level machen denke ich mal nicht sein ich würde jetzt irgendwas schaffen oder freischalten dann werdet ihr es morgen sehen wenn ich lebe 91 bin ich würde mich freuen so wenn wir mal auch ein kontakt da lassen würdet etc pp ne etc pp ist nicht aber doch ein hallo jedes mal wenn jemanden arbeiten zu das kommt beim kampf kurz vor dem kampf automatisch automatisch so bam wo bist du komm herr komm herr komm herr komm herr komm herr ja das juckt uns nicht die geräusche von windows jucken mit ich hab's ja umgestellt oder was jo ich freu mich ah mein jesus christ ey nur noch drauf gehalten ja windows beruhig dich ja ja mit windows mach ich mich wieder ja ja genau mach weiter alter ja ja ist gut windows 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 will mit mir reden ist mir jetzt egal junge ist halt im gleichen abstand passiert das ist halt im ab der wartet halt echt bis ich rede hast du ne der macht den gleichen abstand ok wir müssen jetzt damit leben windows möchte uns was mitteilen was der jetzt abkoppelt keine ahnung aber wie ihr seht läuft ja alles relativ ich muss mal ganz kurz was checken weil daran sehe ich ob das so ist ich werde jetzt gerade nur geradeaus sein ich hoffe ich bin dann würde sie sterben ich müsste das das habe es gerade abgesteckt und um ein das ist der bessere sound mal gucken ja doch ein kleiner wackelkontakt beim USB bisschen nervig aber nicht weiter schlimm ich mache das ja absichtlich erstens dem generieren zweitens ein paar aufgaben machen man hier ist sie doch irgendwo ich will gegen die kämpfen dies die nervig sind auch euch dazu das ist ich höre sie das ist zu damit dann kann sie mich schon mal nicht so einfach finden es hat mich wo sie ist sie kann halt jetzt überall sein und das macht angst und das auch gut oh ja man ist die ist hier ganz in der nähe ich dachte wir hätten noch ein bisschen da hinten ist sie ok die kommt ja rum gleich hier weg kein bock auf die jörg ja alles gut so heißt übrigens meine katze naja ja komm ja komm ja komm geh auf meinen schoß alles gut währenddessen kann ich bisschen spiel bisschen reden mit euch oder sie meint auf meiner taste zu tun nein doch nicht ok keine ahnung sie schluss jetzt mit pc mit meinen pc an sich ja komm komm auf meinen schoß kehre das problem ist wenn ich das spiele kann ich nicht hier ja da hockt sie sich einfach mal hier toll auch klein nutzen das ja das bewegt meine maus so minimal dadurch dass ich ständig bin controller wege erkennt er nur ganz kurz dass man stellt es nicht großartig um ach ja ohne witz muss ich euch eine empfehlung aussprechen das ist auch kein placement an sich sondern das muss ich wirklich sagen xbox controller für den pc wenn ihr controller spieler seid so wie ich kann ich euch das nur ans herz legen holt euch diese controller kostet ein bisschen geld zu aber für das geld könnt ihr auch nicht meckern dass ihr dann qualität bekommt das sind echt gute teile kann ich echt nur sagen ich habe keine schlechte erfahrung damit außer dass die vom akku verbrauch sehr groß sind aber das sind halt die akkus und dass die haben ich muss noch mal neu und halt das akku packs die haben so akku packs und die sind auch sauteuer die habe ich noch nicht geholt und ich weiß nicht ob die wirklich dafür sind oder für irgend anderes aber habe ich auch noch vor zu holen ich denke mal dass die auch eine gute zeit halten werden ich hoffe es mal ich habe echt mal vor so etwas zu haben weil ich spiele hier mit akkus die lade ich immer auf ist auch alles gut die sind ja die funktionieren noch sind halt auch alt also halt ältere also von daher sage ich jetzt nichts da ähm und jedenfalls mhm batterien halten viel länger ja auch sind äh akku hat halt kannst halt ständig aufladen und äh batterien halt nicht die haben aber dafür eine höhere ja wie soll man sagen die die halten einfach länger ganz einfach also schon ok was gibst du mir ja ok doch 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 ist gut ist gut mhm 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 ach ja ich liebe es ne das habe ich schon brauche ich nicht kann ich dich äh könnte ich aber das wird nicht verraten ganz einfach die spieler sehen doch dass da dann sich ja was tut aber hier ist auch ein lagerfeuer und dadurch dass die spieler sich nicht heilen dürfen dass ich das ja alles schön benutze so dass hier nichts mehr geht da ist ein dinosaurier zwei dinosaurier das ist gar nicht gut wenn die auf mich losgehen dann ist es echt schwierig nicht die die finden auch niemand ok gut damit ist es ausgeführt denkst dann bräuchte man 200 habe ich nicht das ist nicht großartig schlimm ich muss dahin ok ich hab sogar drei drei dinge und schlecht und ich kann jetzt schon sagen dass ich halt immer so ungefähr unter 20 komme an allen spielern ist schon gut natürlich ein bisschen sammeln alles gut aber es könnte doch sein wenn ich alle drei macht dass sich dann nächstes level mach könnte sogar echt möglich sein nur hier wir keine überraschung hier so finden wenn jetzt eine von oben halt könnte es nicht gewesen sein hinten wurde gebaut und das macht mich gerade alles ein bisschen Tiere aufhin nie jetzt so gewesen ich weiß es nicht achso und es soll ein bogen kommen so ein kreppler bogen habe ich gehört aus äh quellen sag ich jetzt mal ja nicht schlecht auch noch dazu kommen alles rein wunderschön paar ps sammeln das ist auch noch schön nass aber das macht jetzt gerade echt einen komischen eindruck das alles hier bin ich nicht so ganz äh naja ohja ganz gut ich kriege immer mehrfach so ganz kurz nochmal guck mal kurz weg ein gegner kann ja sein dass kurz die gegner irgendwo ist und dann guck ich nochmal drauf das ist geil 3 3 super die sache ist der gegner ich muss den gegner als erstes sehen als er mich weil sonst hat er eine klare überlegenheit dass er nicht heißt dass er immer gewinnt aber es ist halt von spielen her dass ich den als erstes sehen muss und das tue ich nicht ich finde überhaupt keinen wenn das macht ich habe einen gefunden noch einen gut also mehr oder weniger habe ich jetzt zwei leute gefunden oder einen zumindest und der eine ist wieder weg nein der ist da hinten der rennt auch weg okay dann habe ich hier äh irgendwo einen spot wo ich mich vielleicht verkrümeln kann ich habe keinen bock gekippt zu werden ich habe keinen bock gekippt zu werden ja genau geht noch ein bisschen stein kann aber nichts kann aber nichts da wurde geschossen ja da hinten wird geschossen ich mische mich noch nicht ein erstens ihr seht das netz hier und zweitens will ich ja nicht direkt stellen sondern in dem sinn auf andere weisen überleben wenn die fragt welche diese wären ich würde mich nicht als camper bezeichnen super dass ich so rauskomme bin ich habe Angst ich habe Angst bitte befindet mich nicht ich muss hier ganz gewiss ran pfuhale da war einer also da war er wo bist du da ist er mal hallo ich will nicht ich will nicht ich will nicht es ist ein bisschen angeschossen da kommt er wieder Und hinter mir auch Och Bitte find mich nicht Find die und geh zu denen Find die und geh zu denen Mein Internet Ich will nicht raus Aber das tut mir ein bisschen leid Ich muss hier ein bisschen Campen Das ist ein relativ Gutes Ergebnis hoffe ich doch Gut jetzt kämpft ihr beide mal Komm 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 Och man alter Nie Gut Scheiß Komm her Kann ich bitte mich komplett Schnell Komm Nice Muss jetzt echt Gucken Okay Dann Bye 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 See Bye 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 schön geduckt bleiben nicht viel anmerken lassen wir können sich schon darum ich weiß könnte jetzt ein bisschen blöd hin und aber ich weiß nicht wie lange das war ein krasser treffer er baut auch unterkrank vielleicht kann ich ihn so durchbohren was ist das wie schlecht schlecht an die naja leute ich hoffe dass ich trotzdem mich hat es wieder gefahren ach man ich hätte mich das auch wir sehen uns dann damit morgen ich glaube nicht kommt ja sowas schreckt aber nicht kommt das sind dann mit morgen also tschüss